Nirgendwo sonst findet man mehr Bäume am Straßenrand als auf der Rambla Medulla in Arresife, der Hauptstadt von Lanzarote. Willkommen auf der Rambla Medulla, der mächtigsten und längsten Allee von Lanzarote. Mit einer Länge von 3,5 Kilometern umgibt die Promenade die Stadt Arresife und bietet eine einzigartige Gelegenheit, ihre faszinierende Kultur zu erkunden. Vom Hafen in Naos bis zum Cabildo, dem Regierungssitz der Insel. Hier findet ihr zwei komplette Fitnessbereiche unter freiem Himmel, zahlreiche Bänke und damit ein interessantes Umfeld für Sportler, Jogger, Hundebesitzer und diejenigen, die einfach nur entspannen und die Abendsonne genießen oder beim Einkaufen eine Pause einlegen möchten. Die Rambla Medulla hat ihren Namen von dem Begriff Rambla, der in vielen spanischen Städten für breite Straßen verwendet wird. Mit seinen 17 Stadtteilen, den sogenannten Barrios und einer Fülle von Museen, Einkaufszentren, Bars und Restaurants ist es kein Wunder, dass Arresife für echte Lanzarote-Kenner viel mehr ist, als nur das hässliche Verwaltungszentrum, wie manche Reiseveranstalter es gerne beschreiben. Erkundet also die Rambla Medulla und entdeckt, warum Arresife eine der bezauberndsten Städte Lanzarotes ist. Lasst euch von den atemberaubenden Sehenswürdigkeiten in den Wann ziehen, genießt die entspannte, ruhige Atmosphäre und findet heraus, warum Arresife das perfekte Ziel für einen unvergesslichen Tag oder zwei ist. Discover Lanzarote ist die Chance zu kommen, die Real Art und Authentik-Soul von Lanzarote. Away von den typischen Mainstream-Holiday-Makern und in die mehr Intimate Welt der Real Insider-Tipps. Subscribe now to our YouTube-Channel Discover Lanzarote. Our writers, photographers and organisers have all lived in Lanzarote for more than 15 years. They spend their daily work in direct contact with the volcanic island, and the special features that make Lanzarote the extraordinary destination it is for more than 3 million people a year. We are constantly expanding our video collection with exclusive tours, sites and routes. Subscribe now to our new YouTube-Channel Discover Lanzarote to get to know and experience the unique volcanic landscape of Lanzarote. Also tell us which sites you would like to see described in more detail. We look forward to your comments. We'll see you next time.